Wenn wir Stress in Beziehungen erleben, sei es auf der Arbeit, weil wir da jeden Tag gewissen Menschen begegnen, die uns nicht gut tun oder zu Hause, zur Familie oder zum eigenen Partner, wird im Körper in der Regel Cortisol ausgeschüttet, ein Stresshormon, weil wir uns nicht sicher fühlen im Umgang mit gewissen Menschen. Wenn wir ständig und viel Cortisol ausschütten, muss der Körper in einen Notzustand gehen und in einem Notzustand ist es genauso wie bei den Tieren. Das heißt, wenn ein Reh versucht, von einem Löwen zu fliehen, dann hat das Stresshormone im Körper. Diese Stresshormone geben diesem Tier Kraft, in dem Moment zu rennen, zu fliehen oder zu kämpfen oder in die Erstarrung zu gehen. Und das geht meistens ein paar Minuten und dann ist vorbei. Entweder das Tier wurde gefressen oder es ist frei und kann sich wieder entspannen. Man sieht es ja so schön in Naturfilmen, dass Tiere komischerweise nach ein paar Minuten wirklich wieder komplett entspannen können. Und wir Menschen sind oft jahrelang in genau diesem Stresszustand, wo das Tier nur für ein paar Minuten drin ist. Wenn die Tiere wie wir stundenlang, tagelang, jahrelang in so einem Stressmoment wären, würden sie sterben. Ja, das würden sie nicht überleben. Wir Menschen sterben zwar nicht, gehen aber, wir zerfallen, wir gehen kaputt. Man bekommt Haarausfall durch zu viel Cortisolausschüttung. Wir bekommen einen dicken Bauch von zu viel Cortisolausschüttung, Diabetes, man kann sogar Krebs bekommen. Es gibt die verschiedensten Dinge, die einem Körper passieren können, wie auch Vitaminmangel, geschwollenes Gesicht, blass im Gesicht, weil der Körper in einem Notzustand lebt. Der Körper denkt, er ist in Gefahr und er muss die ganze Zeit sich entweder beschützen oder versuchen zu kämpfen oder sich so in die Erstarrung zu gehen. Und das sind alles Prozesse, die uns nicht bewusst sind, weil wir es gewohnt sind, die meisten von uns oder viele von uns in einer toxischen Umgebung aufzuwachsen. Unser System ist toxisch, in Anführungsstrichen, toxisch ist so ein Schimpfwort, was ich aber nicht so meine. Was kann ich aber jetzt tun, wenn ich merke, okay, ich bin tatsächlich in vielen toxischen Umfeldern oder in einem toxischen Umfeld und spüre auch, dass das was mit meinem Körper macht, dass ich schwach bin, vielleicht Haarausfall habe, mein Bauch immer dicker wird und ich weiß nicht, was ich tun soll. Um weiterhin auf dem Laufenden zu bleiben, abonniere gerne meinen Kanal und aktiviere die Glocke, dann wirst du immer benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir online kommt. Und was man tun kann, ist, damit zu arbeiten, zu bemerken, okay, da ist Stress. Stress schüttet Adrenalin aus, Cortisol aus und so weiter. Was ist denn das Gegenteil von dem Cortisol? Das ist zum Beispiel das Oktitocin, dieses Kuschelhormon. Man könnte Übungen machen, um seinem Körper, das ist jetzt etwas aus dem Nervensystem, auch aus meiner Ausbildung, deinem Körper Sicherheit vermitteln, indem du zum Beispiel eine Selbstumarmung machst, die mindestens 30 Sekunden geht. Dann fängt der Körper an, dieses Kuschelhormon zu produzieren und zu bemerken, okay, ich bin hier in Sicherheit. Und es geht hier wirklich darum, entweder die Selbstumarmung oder eine Umarmung mit jemandem, wo du dich sicher fühlst. Und nicht mit jemandem, wo du eigentlich gar nicht so wirklich dich gut fühlst. Dann ist wieder im Körper dieser ganze Stress, der komplett auseinanderfährt. Und dann dürfen wir da differenzieren, weil jeder Mensch ist anders. Wenn in deinem Körper ganz viel Wut ist und ganz viel vielleicht Aggression ist, dann brauchst du nicht unbedingt diese Selbstumarmung, sondern eher Bewegung. Weil diese ganze Energie will ja rausfließen, dieser ganze Stress möchte ja raus, genauso wie beim Tier. Das rennt ja dann weg. Wir rennen ja nicht weg in Beziehungen, wenn wir merken, da ist gerade was toxisch oder wir werden angegriffen oder wir müssen zur Arbeit, weil unbedingt das Geld verdient werden muss, um die Miete und das Essen zu bezahlen. Dann kannst du in dem Moment ja nicht wegrennen. Du bist ja da und funktionierst einfach. Was man tun kann, ist in die Bewegung gehen. Entweder man geht zum Sport, wenn man dafür keine Zeit hat, kann man Übungen machen. Selbst auf der Toilette, auf der Arbeit könnte man die Übung machen, indem man einfach seine Arme schüttelt und die Beine schüttelt, springt, in den Körper in Bewegung bringen. Bei Wut kann man ganz gut auch mit beiden Händen gegen eine Wand drücken und gucken, dass man diese Wand wegdrückt. Du kannst sie nicht wegdrücken, aber die Energie der Wut darf sanft in deinem Körper fließen. Wenn du diese Übungen machst, können sie auch mehr Stress verursachen. Das heißt, wenn ich mich extrem schüttle und wütend schreie und gegen die Wand boxe, kann das sein, dass noch mehr Stress in meinem Körper ist. Wenn du die Übung sanft machst und merkst, dass du danach eine Entspannung spürst, das Gefühl von, das tut gut, dann ist das richtig. Dann, was heißt das richtig? Falsch ist nichts. Aber dann hast du die Erfahrung von, mein Körper fühlt sich jetzt wohl und sicher. Energie durfte jetzt fließen. Wenn die Energie fließen darf, wenn ich authentisch sein darf in meinem Ausdruck. Also Stress wird auch ausgeschüttet, wenn ich nicht authentisch sein darf in meinem Ausdruck. Wenn ich mich verstellen muss, um für andere zu funktionieren. Auch das ist Stress für meinen Körper. Und da dürfen wir lernen, Schritt für Schritt immer authentischer zu sein. Ich weiß, dass es oft Konsequenzen gibt und Bestrafungen gibt. Da darf man immer aufpassen und schauen. Du nimmst natürlich immer nur das raus, was für dich am besten ist. Also entweder zum Beispiel diese Selbstumarmung, mindestens eine halbe Minute, dass dieses Oktitozin, wird das so ausgesprochen, ausgeschüttet werden kann, dass dein Körper das Gefühl hat, okay, ich bin hier in Sicherheit. Oder zum Beispiel, was mir ganz gut tut, in warmen Tee eine Wärmeflasche, mich hinsetzen und einfach aufwärmen. Oder eine warme Dusche. Was? Schreib das gerne in die Kommentare. Gib deinem Körper oder vermittelt deinem Körper das Gefühl von Sicherheit. Und bitte nichts, was mit Süchten zu tun hat. Also jetzt nicht rauchen oder Alkohol oder, ne. Sondern wirklich, wirklich, was gibt deinem Körper das Gefühl von Entspannung und Ankommen. Was du für dich tun kannst, ohne dein Nervensystem wieder in einen Stresszustand, Schuldgefühle, schlechtes Gewissen zu bringen. Sondern wirklich, authentisch, dass du dich sicher und geborgen fühlst. Ich bin gespannt auf deine Kommentare und bis bald.